Ich bin auch gerade dabei eine Instagram-Story zu machen, wenn wir auf Top vorbereiten werden. Ja, man get it. Man get it. Ja. Ja. Der Special Gast hat jetzt auch leider verpieselt in den Fuhr. Ich möchte doch einfach nur auf meinem Discord-Server. Mal gucken, ob wir ihn in den Stream reinbekommen. Komm ab. Ja. Mann, 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 Mann. Kimi. Also ehrlich. Hallo. Wie auch immer. Moinsen. Grüezi. Technische Probleme, please stand by. Mann, Kennz. Oh, Hallo Hund. Was? Wo? Philipp. Hallo Hund. Danke für neun Monate Treue. Eine Schwangerschaft lang, ne? Andere gebären Kinder. Warte, wollte ich auch noch eben machen. Und du bist hier treu. Eine treue Seele. Willkommen, Philipp. Willkommen, willkommen. Papa ist kein Mod, weil Papa auch nicht wüsste, wie man im Mod funktioniert. Ich bin auch Mod und hab keine Ahnung davon, aber ist okay. Ja, guck mal, hier. Kannst du jetzt bei mir sehen? Hier. Da kannst du sperren. Das steht bei mir alles überhaupt nicht. Wo muss ich denn da rein? Hier. Stopp. Da musst du. Nein, das ist falsch. Moment. Abbruch. Abbruch. Nein, jetzt hab ich was anderes aktiviert. Stopp. Mach das weg. Wo ist denn hier? Ja, danke. So, Einstellungen. Und dann Mod-Symbole anzeigen. Oh. Es war easy. Und auf dem Handy? Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, willst du probieren? Achso, die ist schon wieder am Lipgloss schlecken. Die Gute. Die Gute Ute. Herrlich. Ich mag ein Kinder-Joy essen. Danke. Boah, Gesundheit. Boah, lecker Fatz, ey. Ich hab grad noch asiatische Udonbrühe mit Currysoße gegessen. Boah. Ich hab grad noch asiatische Udonbrühe mit Currysoße gegessen. Ganz wie zwiebeln. Boah. Junge. Ich war richtig clever. Ja, ich merkte das. Ich war ja gestern bei Burger King. Ja, das hast du ja erzählt. Achso, erzählst gerne den Leuten. Ja. Dann hab ich mein Long Chicken nicht aufgegessen. Jetzt hab ich mir für ein Udonbrühe gemacht, hab mir dann nochmal mein Long Chicken Patty angebraten und mit da drauf gepackt. Das war richtig lecker. Das sieht irgendwie komisch aus. Ah. Das ist so dumm. Alles aus Plastik, aber hier so einen komischen. Ja. Schaufelbaufel. Aber ich bin sowieso der Typ, der mit Löffel zu McDonalds geht. Wegen dem McFlurry. Ja, ich sag euch das. Also in Hamburg konntet ihr auch sehr, sehr froh sein, dass es da kein Gurus Chat gab. Ich hab mal nichts gerochen. Man hat volle Mühe. Alles gerochen. Es war alles vertreten. Wie random talk wir auch schon wieder seit 10 Minuten raus waren. Einfach völlige Quatschkacke. Erzähl doch mal. Wie war die davon? Bitte jetzt nicht schon wieder rülpen. Das ist ehrlich. Rülpst doch mal in die andere Richtung. Wie kann ein Mensch so aus dem Mund verwesen? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Jenny. Happy Birthday to you. Danke für das Städtchen. Und danke. Oh ja, das kriegen wir hin. Danke. Warte. Danke auch für den Philipp. An 5 Euro. Nein. Dafür hab ich den aufgetragen. Alles Gute Ding. Danke. Danke, die war aus der Eske. Ich hab einfach mit dem neuen Jahr neues Auge gekriegt. So ist das. Kann man die jetzt doch essen und dann beides mal so. Hallo. Boah, es tut mir so leid, ne? Ich sitz direkt vor dem Mikrofon. Gehen wir direkt in Just Chatting oder gehen wir auf Gameplay? Jetzt mal in Just Chatting. 5, 4, 3, 2, 1. Guckuck. Hallo. Wie gehts? Wie stehts, Leute? Ich hoffe, ihr hattet wieder einen fantastischen Mittwoch. Ich habe Kimi sehr schnell überredet bekommen. Sie guckt, Quint. Du bist aber nicht im Bild. Du machst den Tim. Du bist nur halb drin. Das ist ja auch. Ich hab auch überlegt, ob man ganz ausbaut. Nein. Nein. Okay, okay. Ganz ausbaut? Ja, also ganze Flächen so bemacht. Ach so. Ich dachte, du meinst jetzt von wegen ganz neu anfangen. Nein. Hier, guck. Abzocke. So. Was geht denn? Danke für dein Abo im 20. Monat. Ja, pußt halt direkt in die Kamera. Weißt du? Siehst du jetzt auch gleich hier in der Wiederholung. Guck einfach direkt in die Kamera. Hatte, hatte. Ja. Voller Ausschlag, Alter. Dreh dich doch wenigstens weg. Okay. Nein, das ist die falsche Richtung. Ekelhaft. Ist jetzt auch für ein Fetisch. Kann ich da für Onlyfans machen? Man kann bestimmt für alles Onlyfans machen. Das ist das Falsche. Stopp. Gameplay ohne irgendwas. Oh, ne, doch ist richtig. Aha. Guck mal. Gameplay. Hä? Nein, das ist ja darunter war richtig. War das eher ein Green Screen. Das ist auch ein Green Screen. Das ist auch ein Green Screen. Mehr Leute, hast du nicht? Nein, das reicht doch. Die stehen manchmal schon auf. Gehen die jeden Tag arbeiten? Nein. So viel Arbeit habe ich mir gemacht. Und jetzt wird's verstört. Was soll dein Laden eigentlich jetzt werden? Äh, ich hatte alles. Computer, Klamotten. Also wieso real? Ähm, ich habe keine Ahnung. Also es kann auch ein Konzept haben. Ist auch gut. Also real in Tante Emma Version. Mit System. Wundertüte. Wundertüte, ja. Nur von Tante Emma Laden. Ja. Ja, nein. Ja, modern. Ja, modern. Ja, okay. Bitte nicht bunt wie Pipi Langstrom. Der ist ein halber Amerikaner davor. Und dann hast du Hunger. Ja, wegen Amerikaner. Oh Gott, nee. Nein! Was? Gott, das weiß noch was es gab. Oh, mein Rücken, Leute. Andere wären mit Snickers an der Kasse. Ach, Mehl. Mehl können wir auch noch mitnehmen. Mach einfach ein Action raus. Ja, ich habe es vor. Merkst du schon. Ich versuche hier gerade nebenbei noch die Technik am Handy hinzubekommen, damit ich das hier sehen kann. Ja, bis nach dem Stream dann, ne? Hallo! Wir machen hier noch einen Doritosenladen mit rein. Aber auch ein Chicken, ne? Ja, natürlich. Ein Chicken. Also, wirklich. Sacré blöd denken sie etwa. Ich mache das nicht. Schick hier. Dann den teuersten Tetra Pak. Der ist für die Kundschaft von Jenny gut genug. Ich schwöre dir, ne? Was ist das denn hier? Warum kann man die denn nicht vernünftig platzieren? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich dachte jetzt kommt vielleicht mal ein... Ich kann mir nicht zwei Sachen gleichzeitig vorstellen, du. Okay. Such diesen scheiß Bohnen. Wow! Mensch! An Humor einfach nichts über den Kumpen. Das ist witzig. Wow! Jenny hat gerübst. Das hat man nicht gehört. Habt ihr Beweise? Ich denke nicht. Ups! Mit dem Apfel findest du deine Würde auch nicht. Wie ist das heute wieder so nett? Wenn du noch mehr Apfel möchtest, hast du Bescheid. Ich hab noch ganz viel. Dann schneidet Mutti den auch nachfüllen, ne? Ah, mit Schale. Ah, mit Schale. Bitte nicht singen. Ach komm. Da hinten in der Dapfel ist auch noch ein platzfrei, Nico, ne? Genau. Innerhalb auch wieder, ne? Ja. Möchtest du noch einmal kurz... Luke! Komm mal her. Ich hätte nicht länger das hier nicht gesagt. Komm mal her. Hi! Hallo, ich bin hier. Luke. Hör auf, um nach dem Essen zu gucken. Okay, ciao! Tschüssi, ciao! Ciao, ciao, behold! baj!